Warum ist der Hund so aufgeregt Schatz? Er glaubt, wir gehen spazieren. Aber du Fies, wir gehen nicht spazieren. Ich habe damals einen Hund gesehen. Was er sich freut. Ja, Lüsi! Sagst du kurz mal Hallo zu den Zuschauern für einen neuen Vlog, ja? Damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum neuen Vlog. Bitte ignorieren Sie den jammernden Hund im Hintergrund. Oh, das reimt sich sogar. Und was wir heute vorhaben, ist hier der quasi Ein-Tages-Vlog, weil wir Helden es überhaupt nicht hinbekommen haben, die Kamera mal anzumachen in der letzten Woche. Es war einfach viel zu viel zu tun. Wir hatten sie witzigerweise aber auch immer dabei. Und irgendwie immer dann abends, als der Tag vorbei war. Verdammt, wir haben den Vlog nicht gestartet. Leute, deswegen müsst ihr uns jetzt halt einen Tag begleiten. Beziehungsweise wir zeigen euch auch einfach, was alles teilweise passiert ist. Ja, mach du das. Ich muss die Haare nochmal neu machen. Mach ich das? Du machst die Haare neu. Der Mann braucht die Haare schön. Gut, dann starten wir doch mal mit der Ansicht hier im Vorderhaus. Leute, ich glaube die Geschichte der wandernden Werkstatt, das wird langsam zum Running Gag in diesem Vlog und in diesem Leben. Daniel hat hier tatsächlich jetzt wieder einen vorübergehenden Arbeitsbereich eingerichtet. Ja, ich hatte keine Lust mehr. Hey, hör mal, man hat doch nichts mehr wiedergefunden. Nein, man hat wirklich gar nichts mehr wiedergefunden. Und ich muss sagen, immer den Weg, wir sind ins Carport hinten hin. Das war mir dann auch zu weit. Und da hier ein bisschen Ordnung geschaffen werden musste sowieso, dachte ich mir ganz einfach, jetzt nehme ich nur eine Werkbank. Die steht da schon ein bisschen länger hier. Ich richte die mal aus und mache mal so einen kleinen, ja, eine Mini-Werkstatt. Eine Mini-Werkstatt. Aber auch eine Mini-Werkstatt reicht immer noch aus. Damit kann man arbeiten. Ja, und vor allem weil, Fun Fact, es sieht aktuell tatsächlich so aus, dass wir hier im Vorderhaus in diesem Jahr höchstwahrscheinlich auch schon nicht mehr vorwärts kommen, gell? Ja, das wird auch höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren. Mittlerweile steigen ja unfassbar die Holzpreise. Die sind jetzt bei 60 Prozent teurer als zuvor. Und das ist halt für übertrieben. Ich bezahle doch nicht das Doppelte. Da kauft man dann halt nicht für ein komplettes Haus ein Ständerwerk, ne? Bei 60 Prozent mehr, ne? Gut, ist ja nicht das Doppelte, aber geht schon einmal die Hälfte drauf. Und das ist schon viel, ne? Muss man sagen, vor allem Statiker läuft der eh nicht. Ne, der meldet sich gar nicht. Und solange bei dem nichts läuft, läuft hier sowieso nichts. Ne. Aber wir haben ja das Nebengebäude. Dafür brauchen wir keinen. Genau. Und das machen wir auf jeden Fall, ja. Und das machen wir auf jeden Fall. Und das ist so der Grund, warum wir hier jetzt auch so ein bisschen eingerichtet haben. Hier sind noch ein paar Schränke für die Werkstatt, das ist gut. Und hier hinten dran auch noch. Hier so ein bisschen jetzt der Werkzeugschuppen, sozusagen. Weil das einen Grund hat. Das stand ja alles hier um die Ecke, so in dem kleinen... Wer erinnert sich noch an die Anfangszeit, als hier noch nicht quasi Rohbau war? Und das auch schon mal fast so ähnlich aussah, gell? Das war fast so ähnlich. Ja, noch ein bisschen chaotischer als jetzt. Aber es war schon fast das Ähnliche, ja. Muss man jetzt ehrlich sagen. Wenn das jetzt strukturierter ist. Es ist strukturierter, definitiv. Man kommt an die Sachen ran, das ist besser. Mit den Heizkörpern. Mit den Heizkörpern, die stehen hier immer so verkauft werden sollten. Genau, da müssen wir mal gucken, ob die jemand haben will. Weil wir brauchen sie ja nicht mehr. Bei uns kommt ja Fußbodenheizung. Aber es ist halt auch eigentlich zu schade, die einfach nur wegzuwerfen. Ja. Weil die sind intakt, da ist ja gar nichts dran so. Sind nur schmutzig. Sind nur ein bisschen schmutzig, genau. Ja, und hier vorne warten schon unsere Kartöffelis aufs Keimen für das Kartoffelfeld. Ja, alles viel zu spät. Das ist quasi unser Wohnzimmer. Seht ihr, ist jetzt hier möglich hier mit ein paar Schränke, Sofa, alles da, was man braucht. Und da sind auch noch Kartoffeln. Das ist doch ein schönes Wohnzimmer. Ja, finde ich auch. Sehr gemütlich. Bisschen rustikaler Stil. Das scheint ja modern zu sein. Ja, genau. Man muss sich eine Kuscheldecke mitnehmen, aber sonst ist es okay. Wollen wir einmal gerade vor das Haus gehen? Kennen wir auch. Ja. Oh ja, weil da ist nämlich ziemlich viel passiert tatsächlich diese Woche. Ich habe das schon wieder komplett vergessen. Unerwarteterweise, ja. Nee, Mausi, du bleibst du. Nee, nee, Happy bleibt mal da. Und zwar haben wir dann am Dienstag, glaube ich war das, einen spontanen Anruf bekommen vom Tiefbauer, der doch ganz gerne bei uns jetzt das Loch graben wollen würde. So spontan halt mal. Ja, also den Kanal legen. Den Kanal legen, genau. Für den Dachanschluss, der ja umgelegt werden soll. Aber die waren echt super nett, die Jungs. Ja, die waren wirklich gut. Schau doch mal. Das ging dann. Das nicht gut. Oh se. Die Zeit habe ich hier gemacht. Schön sauber hat er gemacht, der Mann. Und hier ist ja unser wunderschöner Mast. Die haben dann jetzt im Prinzip halt hier gebaggert. Bis da und dann bis da rüber. Und da unten geht es dann ins Haus. Da ist dann quasi der neue Hauptstromanschluss. Und das hier solle dann mal werden. Da ist allerdings natürlich noch nichts dran. Ja, das sollte der Summonternehmer machen. Ja, das müssen jetzt unsere Freunde machen. Und das geilste ist auch den Stromkabel, den hier. Weil der Tiefbau hat er aufgemacht. Und der Subunternehmen sollte den Kabel legen. Wir haben dann einen Tag gewartet. Und irgendwann klingelt er an der Tür. Da war der Tiefbauer wieder da. Und meinte, die hatte keine Lust zu warten auf das Subunternehmen. Weil die sowieso nicht wussten, wann die es machen. Deswegen haben die nicht den Kabel besorgt. Damit die hier zumachen können. Richtig. Also man merkt das Verhältnis zwischen Subunternehmen vom Stromeinbieter und Tiefbau. Das funktioniert nicht. Das heißt, die haben es dann einfach selbst gemacht. Und der hat mir noch erzählt, dass der Subunternehmen noch Aufträge von 2014 zu erledigen hat. Überlegen Sie mal. Wir sind 21. Der hat fast 10 Jahre Rückstand. So kommt man vorne. Scheiße. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Naja, dann sind wir ja hier. Ne, das habe ich mir tatsächlich noch nicht erzählt. Aber da muss ich ja sagen, sind wir ja richtig schnell unterwegs hier. Ja, ja. Mit unserem halben Jahr jetzt. Ja, das sind wir wirklich gut. Der hat mir sogar erzählt, dass manche Leute, die haben dann noch zwei Jahre mal angerufen. Ja. Um zu fragen, wie es dann ging. Also, wer stand da Dinge wäre. Und die meinten, das hätten wir vergessen. Weil die alles auf dem Stapel liegen. Und in diesen Stapel wird nicht mehr reingeguckt, welche Aufträge sie haben. Ist das geil, ne? Das ist natürlich auch eine Taktik, ja. Das hat er mir erzählt. Und die sind jetzt bei denen neu dazugekommen. Und die arbeiten jetzt in ihren Projekten auch. Meine Fresse. Ja. Also, wie gesagt, sind wir mit sechs Monaten ja bisher echt top dabei, würde ich behaupten. Ja. Jetzt müssen wir auf den Suppunternehmer wieder warten. Aber hier auch, ne? Ja, das sieht schön aus. Ja, hier haben wir die Platte auch sauber gemacht. Das ist die alte Grube. Richtig. Ähm, das ist schön. Sehr, sehr schön. Ganz so kriso. Das ist super. Da kommt nämlich jetzt demnächst dann noch Holz hin. Ja. Von unserem kleinen Wald. Deswegen braucht ihr euch gar nicht zu wundern, warum bei mir gar kein Video kommt. Weil da sind so viele Sachen links und rechts zu tun. Und ich hab da einfach keine Lust jetzt immer so, mach deinen Scheißtage oder Woche. Ja, das ist halt auch für euch irgendwann super langweilig. Das ist mega langweilig. Deswegen kommt auch zurzeit gar nichts. Ja. Auch wenn viele Videos wahrscheinlich sagen, nee, ich find das mega cool und so. Ja, aber ne. So, und für heute ist der Plan, dass wir mit euch in den Garten gehen. Weil der Garten, also der Frühling, lässt ja sowas von krass auf sich warten. Ich kann doch gerne unsere schöne Erfahrung bei unserem Ausflug von letzter Woche erzählen. Das kann ich gleich noch erzählen, ja. Aber wir gehen einfach gerade in den Garten. Ich hab gerade wieder dran gedacht. Ja, ja, erzählen wir gleich mal. Wenn wir ein Päusken machen, erzählen wir euch eine Highlight-Story. Wenn Daniel und Sarah dann endlich mal nach 10.000 Jahren gefühlt mal wieder unter Menschen gehen. Der Innenhof sieht schon wieder so geil aus, ne? Da steht der Mini. Der ist übrigens mittlerweile abgemeldet. Der hat keine Kennzeichen mehr. Den haben wir auch noch abgemeldet diese Woche. Ja, aber warum dafür so viel Kohle ausgehen? Wir sind 3.000 Kilometer, ne, noch nicht nur 3.000 Kilometer, wie viel sind wir mit gefahren letztes Jahr? Ja, du musst aber denken, das war ja am Anfang, als wir noch von Köln hier hin alles gezogen haben. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Aber hier sind wir, wenn es hochkommt, 200 Kilometer gefahren. Das lohnt sich ja einfach Null. Das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich Null. 500 Euro Versicherung. Ne, ne, ne. Das ist ein Sprit, der dann dauernd rumverkommt. Vergiss es. Ich glaube, wir haben einmal tanken im ganzen Jahr oder so. Das wird so wenig. Aber hier, du musst da zeigen. Ja. Das ist der Grund, warum das hier so aussieht. Also, für heute erstmal der Plan. Genau. Wir machen die Beete. Es ist zwar noch nicht wirklich Frühling, aber es muss was passieren. Sie müssen gemacht werden. Sie müssen gemacht werden. Das hier muss gemacht werden, da hinten muss gemacht werden. Und wahrscheinlich kriegt die Weide heute noch einen kleinen Schnitt, so einen kosmetischen. Dann das hier hat er witzigerweise geschenkt bekommen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und hier hat er auch geräumt. So. Hier ist auch schon fast nichts mehr drin, wirklich. Das hier wird ja auch noch ein Sommerprojekt von uns. Ich glaube, wir hatten es schon mal erzählt, oder? Was wir damit machen wollen. Ja. Es war schon mal erwähnt worden. Also, bei mir auf dem Kanal war es erwähnt worden. Nun gut. Für alle anderen, ihr dürft euch dann gedulden. Es wird auf jeden Fall hier was richtig cooles mit passieren mit dieser Ecke. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ansonsten, welcome to the Schrotthofen. Sieht auch schon ein bisschen aus wie auf dem Wertstoffhof hier. Aber nun gut, so ist es halt. Der Innenhof ist halt die einzige Ablagefläche für den ganzen Baumüll. Ja, aber stell dir mal vor, lieber sie stehen hier drin einigermaßen sortiert, wie wenn sie vor der Tür auf dem Haufen liegen. Weil das dauert keine zwei Tage. Dann kommen die Leute wieder hin und rupfen alles raus. Oder voneinander. Und rollen die Sachen klauen oder sonst irgendwas. Nee, da habe ich keine Lust mehr. Nee, deswegen. Also, da muss man sich halt ein bisschen mit arrangieren, dass wenn man halt in so einer Baustelle lebt, dass das halt auch mal so aussieht. Wir haben einen kleinen Konflikt. Wir haben einen kleinen Konflikt. Wir haben einen kleinen Konflikt. Jetzt komm. Jetzt habe ich es. Also und zwar, es geht um diese Mauer. Ja. Um diese da. Also um die Optik von dieser Mauer. Ja. Und um diese Steine, die da hinten stehen. Lass uns mal da hingehen. Genau. Also merkt euch mal kurz. Okay, ihr seht es durch den ganzen Schrott nicht. Nein, hier seht ihr es aber ein bisschen. Bruchsteinmauer. Also mehr oder weniger. Da oben. Genau. An der Birke seht ihr es auch ganz gut. Oder hier vorne. Oder hier. Genau. Der ist zwar ganz schlimm, aber können wir ja wieder gerade machen. Und wir haben diese Steine hier. Wer sich noch daran erinnern kann. Wer sich noch daran erinnern kann. Die haben wir aus Köln mitgeschleppt. Aus unserem vorübergehenden Garten. Und wir sind so ein bisschen am überlegen, ob die in die Beete passen als Beetumrandung oder nicht. Ob das sonst ein zu starker optischer Bruch halt mit der Grauwacke ist. Da sind wir uns irgendwie ein bisschen uneins. Also das hier ist Granit. Ist das Granit? Das ist Granit. Das ist ein rauer Granit. Der aber halt sehr, sehr schön ist. Ja. Und das andere ist halt eine Grauwacke. Grauwacke. Und das hat mich nicht mehr die Frage, passt das in Kombinationen. Ich bin da nicht so der, so toll ist das nicht. Aber du findest ja manchmal so schön. Ich find's glaube ich schön. Weil in der Schiebe ist ja immer noch was wir uns überlegt haben. Die Beetumrandung damit zu machen. Weil ich möchte gerne die Beete, wir haben ja zu zweit. Also zur Zeit haben wir ja zwei große Beete da oben. Ich hätte aber gerne fünf oder sechs oder acht. Das halt in den Gemüsegarten zu packen. Ja genau. Mancher ist auch ein Beet, ne? Ja. In dem Gemüsegarten. Ja, Gemüsegarten. So, die dann dort rein zu bringen und die Bissen aufzuteilen, damit das Bissen auf die schöner wird. Und das Ganze irgendwie mit Holzhackschnitzel, Rindelmulch oder was auch immer. Ja, ich glaube das wäre wahrscheinlich die bessere Alternative. Oben ins Gemüsebeet. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin auch mal so ganz ehrlich so ein bisschen uneinig. Ja, ihr könnt ja auch mal eure Meinung reinschreiben. Würdet ihr sagen, dass das hier zur Grauwacke passt? Also zu dem da oben, hier an der Birke. Als Beetumrandung hier. Als Beetumrandung hier. Hier für dieses Beet zum Beispiel. Und hier hin. Ja. Könnt ihr uns auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ich sage, wir haben jetzt genug gequatscht und legen los mit dem ersten Beet. Ich mach Rasen. Du machst Rasen. Ja. Ich bin nur medicäh리. Du bist zu euch. evergallee stable ist gut zu können. Unsere Körper. Was ist ja noch ruhig. Ja. Ja. Konstantische Musik. nicht schön aber selten sagt man ja also es war ja wirklich die idee einfach dahinter alles vom holz machen irgendwie zu verwerten aber daniel und ich sind uns schon einig das ist es irgendwie nicht so ja schatzi ich zeig gerade schon mal das ergebnis aktuell hast du gerade einen zweiten brunnen gefunden am grundstück maybe okay dann müssen wir uns das mal angucken da war der akku vorhin leer jetzt noch mal hier das letzte finale ergebnis soweit sind wir hier kommen da müssen wir wohl wieder holz schneiden um noch neues wechselgut beziehungsweise späne zu bekommen und schaut mal hier wachsen die tulpies die kommen hier bist du aber noch nicht durchgegangen nein nein da war ich noch nicht durchgegangen bist du zufrieden soweit nach kurzen aktion also es ist mittelmäßig eher im untersten drittel hätte ergiebiger sein können heute angefangen schon musste wieder aufhören ja also ich finde auch das sieht irgendwie also hier sollst du schon gemacht haben du bist aber grob hier durch ja kommen wir noch mal durchgehen also das ziel war das bete zu machen dahin ja das war eigentlich unser ziel dieses naja was soll man dazu sagen also wie hält sich deine laune also meine laune ist glaube ich zählt aber ich wusste schon dass wir es nicht schaffen werden ich hatte an einem tag in an in der woche zehn mal mehr wie wir zu zweit an einem wochenende irgendwann aber nicht vergessen wir haben jetzt auch nicht so elends lang hier herum gewerkelt es war wirklich mal nur gerade eigentlich der anfang eine dicke stunde vielleicht anderthalb ja was soll man dazu sagen nur gut manchmal ist es weniger aber man kann mal festhalten dadurch dass wir sie jetzt letztes jahr vorbereitet haben wesentlich besser und wenn wir das noch ein paar jahren hinter uns haben dann ist hier einmal bösen gucken und dann ist das auch und dann fällt das unkraut von leidung das bete da hinten da stehen ja erdbeeren da steht ja alles mögliche drin müssen wir mal gucken wie das ich nehme die motorhacke ich renne einmal durch wieder einfacher und dann schauen wir mal was noch passiert aber das ist ja unterm schlicht gar keine so schlechte idee war einfach alles umgegraben komplett geht es aber nicht ja aber da musst du aufpassen du darfst nicht überall mit der motorhacke dann durch also lass uns mal gucken da stehen erdbeeren in den brennnesseln irgendwo ja zum glück sehen wir ja irgendwie fast gleich aus weil ich erkenne da keinen unterschied ja das ist glaube ich aber alles brennnessel dass dann okay die osterglocken sind ja ja dann muss noch warten bis die braun werden dass die energie runter geht da stand irgendwo eine pfingstrose eine pfingstrose die ist tot die zweite ist hier die kommt die kommt ja die kommt hier ja genau das ist ja kein problem den kriegt man ja hin da kann man ja drum rum buddeln der rotodendron keine ahnung ist das ist eine neue sorte das ist der trocken rotodendron komisch dass er eingegangen ist der war doch neu oder nicht der hat man schon in köln da ist er eingepflanzt worden ein paar monaten danach wieder ausgepflanzt worden und hier ja und dann halt am anfang dort dann haben wir dort ausgepflanzt wieder hier hin weiß ich nicht happy die holen immer noch die katzen scheiße daraus ja und dann haben wir hier noch die bäumchen hier steht ja gar nichts da stand irgendwo die clematis keine ahnung ob die wieder kommt ja und da ist noch hier drei genau hier ist nur einer da und heute ist hier irgendwo noch einer da 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 hier müsste auch irgendwo noch einer stehen aber das stand aber ganz im ernst das ist so einen kleinen busch der kostet zwei euro ja man soll jetzt nicht rausschmeißen aber das ist jetzt kein drama so von den drei bäumen ist einer tod der zweit auf dem weg und der dritte weiß nicht was er will ja gut das heißt machen wir jetzt motivieren uns noch mal machen das bett hier noch oder das hier okay dann gehst du happy 200 da das wächst hier mit aus metall wächst hier du wie siehst du aus schaut euch mal happy an dieses kleine schnubel mädchen guck mal wie siehst du aus ich habe dich gestern erst gebadet wie siehst du hast du knusper mädchen weißt du nicht wie du stinkst stinkt die schon wieder die hat katzen scheiße gefällt das auf jeden fall nicht cool nun gut so also wie gesagt der tag heute war nicht wirklich ergiebig aber schön ergiebige woche deswegen hat man ergiebige woche so sehe ich das auch aber das heißt den ganzen dreck den sitzt auf der treppe liegen hast du letztes liegen damit ich nächste woche weg machen kann ich habe das ja ich hatte das ungefähr habe ich das gefärmt ja 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 im moment die stinken oder hast du dich in irgendwas gewälzt schon wieder musste ich schon wieder baden oder dichter richtig da baden ok gut ich glaube ich habe nur gepupst magst du die story von dieser noch erzählen soll ich das machen ja du machst du bist heute vlogmoderatorin bin ich die vlogmoderatorin kommt hier noch mal ein bisschen die sonne raus das ist gerade sehr schön wir waren also dienstag waren wir mal wieder unter menschen bzw in der nächstgelegenen stadt warum sind wir überhaupt dort hin ich weiß es gar nicht wir sind dort hin weil wir bei dumbo abgemeldet haben weil wir das auto abgemeldet haben genau und dann dachten wir uns dann später noch es wäre doch vielleicht gerade nicht das dümmste mal endlich wieder ein bisschen bargeld zu holen weil wir haben irgendwie seit corona eigentlich fast gar kein bargeld mehr in der hand weil wir man geht ja nicht mehr in die innenstadt man ist ja nicht mehr in der stadt unterwegs weil es ist ja alles zu ist ja auch nicht nicht interessant mal ganz ehrlich ich habe dann auch noch versucht click in me zu machen hatte dann aber vercheckt halt irgendwie abzuklären wie die inzidenz gerade hier im kreis ist das heißt ich hätte theoretischen negativen corona test gebraucht hatte ich natürlich nicht weil sara war nicht vorbereitet und nicht informiert weil habe ich euch am dieser auf instagram gesagt ich komme momentan auch nicht hinterher wann jetzt was geändert wird wann was gilt für welchen kreis für welches bundesland ich komme nicht mehr klar ich habe selbst genug zu tun ich muss nicht noch dem zuhören was den blödsinn die alle zwei tagen neues davon sich geben ja deswegen also das hatte dann nicht funktioniert aber ist auch egal und da waren wir dann halt in der stadt und vor der bank war halt eine schlange das heißt wir haben uns angestellt logischerweise weil es haben halt zwei leute schon vor uns gewartet wie sich das gehört und dann kam ein etwas älterer her auf seinem fahrrad an stellte das fahrrad ab parkte das schloss ab ging an der schlange einfach vorbei rein in die bank und ging an den geldautomaten und dann guckte nur so das ist jetzt nicht sein ernst also alle in der schlange haben so geguckt so das ist jetzt nicht sein ernst und er hat dann ganz gemütlich sein bankgeschäft gemacht an der tür stand auch ganz groß und fett drauf maximal zwei personen halt in diesem vorraum und so und es waren halt noch zwei andere auch drin die gerade halt am überweisungsautomaten zugange waren und dann kam der wieder raus und dann sagte noch so während er darüber ist mir egal ich spreche den jetzt an wenn er rauskommt ihr kennt daniel hat er natürlich getan aber tatsächlich auf eine sehr diplomatische art weil sich das sehr nett gemacht weil er hat den guten herren nämlich gefragt aber das normal findet dass man sich einfach vordrängelt der hat dann erst mal ein bisschen irritiert geguckt und sagst du dann so ja wieso denn er ist einfach nur vorbei er hat das nicht gesehen das ist das problem wegen maske und brille maske und brille ja aber ich trage ja auch brille mittlerweile und hatte die an dem tag auch zum glück an ich trage auch maske und brille und da stand noch ein anderer herr der hatte auch maske und brille ja so ich dachte das das ist nur eine blöde ausrede ist so ja ja also er letztendlich ja er meinte dann er würde ja nichts damit sehen dann würde ich auch kein fahrrad fahren wenn ich nicht sehen würde weil wie soll man denn fahrrad fahren wenn man nichts sieht mit brille und maske ist so letztendlich hat ihn das eigentlich auch nicht wirklich interessiert aber du hast wenigstens versucht jemandem mal wieder besseren manieren beizubringen ich finde das immer schön ich sagte aber dann ist der welt verbessern die warteschlange hatte auf jeden fall danach eine diskussion ja das war auf jeden fall sehr interessant ich finde es halt wichtig man muss ja ein bisschen quatschen wenn man schon rumsteht und wartet vor allem wir standen dort und wie gesagt sind ja nur zwei personen rein und die haben die überweisung gemacht danach dachten wir schon so wer zu heutzutage macht überhaupt noch überweisungen in der bank und die hatten gefühlt ein stapel dabei das hat ewig gedauert das hat wirklich ewig gedauert und ja irgendwann das waren zwei junge leute also in unserem alter würde ich schätzen und weil da ja maximal zwei personen draufsteht man muss aber dazu sagen unten drunter stand noch ein text aber man steht ja viel zu falsch weg die erste steht ja bei der tür zwei zwei meter abstand ist klar da kommen sie immer weiter wir standen locker mal fünf meter noch weg davon und da steht dann drunter wenn die bank geschlossen ist dürfen wir dürfen nur maximal zwei personen aber wenn sie geöffnet ist dürfen vier leute in den vorraum ja da frage ich mir was ist da der unterschied bei öffnung oder geschlossen corona ist ja immer noch da scheinbar weniger wenn geöffnet ist wie wenn zu ist aber das ist auch so kleiner drunter geschrieben dass das vor allem man hat so ein plakat da steht groß drauf maximal zwei personen ja ja und man nur klein steht dann der erst zu lesen aber nicht vor allem wenn auch man macht das wenn leute anstehen die wissen ja was läuft dann stellt man sich auch an wenn man ist ja so der blöde affe der sich einfach dazu schwarm intelligent naja so war das dann auf jeden fall und da haben wir uns echt gedacht also nach dem tag also wir waren ich wieder so durch das gesagt habe so ganz ehrlich so leid es mir tut für die innenstädte aber da hast du auch nur noch bock auf online shopping das ist so bescheuert natürlich noch überall dann schildern also in den geschäften davor also in den einkaufszonen gehen meter zurück vor dem schild da muss ich keine maske tragen da ist kein corona und da ist dann corona dann denke ich ja leute ja ich verstehe auch immer muss ja irgendwo das schild hinsetzen es geht halt wenn die deppen am sonntag durch die innen city laufen obwohl alles geschlossene und begegnen sich zum 2000 das ein bisschen zu vermeiden ja das ist ja schon klar aber kann man nicht einfach eine globale masken tragen pflicht draußen machen wäre für mich irgendwie sinnvoller ja ich weiß es ist auch nicht ja das ist so dann sind sie in der innenstadt dann tragen sie die maske und dann gehen sie zwei straßen weiter dann husten sie da die schalt an weil sie dann keine ahnung die maske ausziehen können es ist irgendwie es gibt nichts wie wir gerade gesagt haben wir waren halt alle noch nicht in der situation keiner weiß was der richtige weg ist müssen einfach weiter gucken man als stark an den leuten sie haben null empathie mehr ja ja die empathie ist die schaffte der theorie das liegt halt so ein bisschen daran dass die leute einfach nichts schönes mehr erleben und normales ist es so sagen wir mal ich arbeite oder ich würde jetzt arbeiten und sara wir würden uns nicht können und sie wären eine andere person die dann urlaub hätte und sie würden uns über den weg laufen wer sind denn gut gelaunt nicht eher schlecht gelaufen welche arbeiten müsste der job den ich wahrscheinlich sowieso nicht mochte oder mark mark danke sage ich ja dann muss ein paar schaden ist ja egal also und man würde ja immer leute begegnen die gut gelaunt sind so dass er mittlerweile nicht mehr der fall es geht ja keiner mehr irgendwo hin oder man macht das illegal richtig freizeit irgendwie haben urlaub oder so einfach sport nachgehen oder seinem hobby nachgehen es geht ja alles ja die leute sind alle nur noch schlafen oder grantig oder grantig ja ich glaube das tritt sich enorm weiter ja so jetzt nach einem jahr corona merkt man das merkt man das wirklich und deswegen also ich hoffe meine theorie dass es sich irgendwie löst dass auch mal endlich vernünftige vernünftige reglungen irgendwie herkommen und dass man auch einfach mal guckt dass man langfristig jetzt endlich mal aus dieser situation halt rauskommt also dieses heck meck und hin und her und die eine woche beschließen wir das und die nächste woche das und dann aber nein ihr müsst noch gucken was euer bundesland sagt also ganz ehrlich ne katastrophe kommt ja keiner mehr hinterher egal wir kürzen das jetzt aber an der stelle wir erholen uns von so anstrengenden samstag anstrengenden gartentage wow egal der anfang ist gemacht diese woche war aber richtig gut die woche war ultra krass einige von euch haben ja schon gecheckt sarahs videos sind ja mittlerweile anders ja ich helfe ihr auch jetzt gleich er hilft jetzt wieder ganz weil ich mich selbst drücke von meiner arbeit aber ich mache noch sehr viel naja aber das ist übernächste woche ist es vorbei was wir noch gar nicht gezeigt haben ist unser baum ich habe mir eben ich habe mir eben beim rechen habe ich mir tatsächlich den rücken irgendwie verzerrt die frau du musst mehr arbeiten ja ich muss mehr arbeiten das ist in der tat sie sitzt im moment zu viel stimmt ja hier das apfelbäumchen den haben wir hier umgesetzt und bisher macht er sich ziemlich gut muss man sagen er ist halt immer noch so schräg er ist ja da unten bei der birke der stand ja da bei der birke genau da wo mein finger ist dort wohl auch gar nicht fehlt im endeffekt er fehlt wirklich nicht wir müssen da noch was anderes hinsetzen und das da sieht auf jeden fall gut aus ja und die felder sind natürlich auch schon gemacht dann war ja fleißig ich muss ja noch mal umgraben muss noch mal ja aber ist nicht schlimm gut hier und die nachbarn haben den zorn erneuert und das ist auch sehr fleißig ja unter anderem die haben ich habe umgegraben dann haben so wochen das gemacht ja hier die seite ist wieder komplett jetzt ist schon ein bisschen besser geworden wieder aber ist wirklich nicht schlimm gibt schlimmeres was machen wir jetzt gute frage diesen block schneiden meint er sich von alleine schneidet ich glaube nicht ich glaube so fortschrittlich ist er noch nicht wittigerweise ist er nicht mehr oder schlechter oder besser als sonst und habe irgendwie vier kilo zugenommen so wenig bewegung das glaube ich kaum woran auch immer es liegt es ist noch das wintertief oder was aber wenn bei mir mangel an bewegung wäre dann würde die ganze welt fette aussehen also meine zwölf kilometer am tag schaffe ich hier auf ein stück okay leute wo ich merke dann ihr kommt jetzt zwar eine redefluss aber er hält die gott wir haben das so gut wie durch geplant also fertig geplant wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten und er findet definitiv am dreißigsten vierten findet dann auch die stadt freitag ab 19 uhr 19 uhr genau wir treffen uns aber ein bisschen früher mit denen die mitspiele und wir haben uns auch dazu entschlossen es kommt keine weitere personen dazu weil einer hat abgesagt haben wir mit fünf spielern sein wenn fünf spieler wenn wir haben das wird lang genug gedauern genau richtig weil wir wollen es ja auch nicht gerade bis mitten in die nacht ziehen nein das ist nicht sein aber es wird definitiv stattfinden das heißt ihr könnt euch den dreißigsten vierten schon mal vormerken da werden wir auf jeden fall hier eine runde live monopoli zocken wir wissen doch gar nicht ob das funktioniert ich glaube aber aber wir haben ein paar sachen geplant es wird glaube ich ganz cool leute also wenn es gut ankommt dann machen wir es regelmäßig definitiv dann zocken wir mal andere sachen also natürlich alles mit echten spielbrettern aber nicht nur monopoli also immer was neu genau alles worauf wir bock haben dame schach geht nur zu zweit wir spielen mensch ärgere dich nicht einfach monopoli mit dem fangen wir an mal gucken was uns einfällt und was wir Lust haben es ist halt nur wichtig dass es ein brett ist so ein brett spiel weil man könnte ja auch monopoli jetzt online spieler wird es ja jeder sagen das sieht geiler aus nur so ist wahr aber auf dem brett ist cool auf dem brett ist mehr retro finde ich auch geiler okay leute so das war's dann jetzt also ja schönen sonntag euch gibt dem video gerne däumchen nach oben und bis nächste woche